Die Sichtweite ca. 1600 Die Sichtweite ca. 19 Die Sichtweite ca. 19 Die Sichtweite ca. 19 Die Sichtweite ca. 19 Eigene Aufklärer vor Oldenburg, gleich mal aus. Oldendorf. 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 Vorbahnhalle habe drei Feuerräume angefordert. Hei, Nebel, Sierra 1 bis Sierra 3. Kommen! Bravo! Lüttenpanzer, K.A., Feuer! Ja, hier Alpha, er kann feindliche BRDM's, Goldendorf, Antreten, Richtung Norden. Schützenpanzer! Hoppa! Siehst du euch? Jo, in Sicht. Schützenpanzer, in Höhen! Lassen wir es mal ordentlich rankommen. Feuer! Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich konnte auch nur beobachten, wie die Bravo auf irgendwas feuert. Feuer! Ja. Feuer einstellen. Geladet. Feuer getastet. Aber ja, es war zu und wäre der im westlichen Ort noch vernichtet. Ja. Ja. Barbar an alle. Lageorientierung. Linker Nachbar, Feindaufklärung 2 BRM 2 bei Sierra Lima vernichtet. Rechter Nachbar, südlich Sierra 3, ein Spähtrupp 2 BRM 2, ein BRM vernichtet. Vor eigenen Stellungen drei Spähtrupps vernichtet. Einer bei Sierra 1, zwei BRM 2. Bei Sierra 2, zwei BRM 2 und ein BRM. Und vor Delta, zwei BRM 2 und ein BRM vernichtet. Ende. Einer bei der runde Erkoppelung 2 BRM 3 und ein Lager. Und vor allem, wir haben alle überrascht. Drogen Richtung, Stürzenpanser, Süden! war an alle denkt an nach munitionieren in kürze kommt feind kürze Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alfa hier, Bravo, ein Schützenpanzer durchgebrochen im Bereich Lehberg, wir können nicht mehr wirken, er kommt auf euch zukommen. Alfa hier, Bravo, ein Schützenpanzer durchgebrochen im Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da habe ich noch nicht in sich falsch gehabt. Ein Z geladen, freu getastet. Ja, da war hier einfach BMP im Wecke-Dorf vernichtet. Das wäre ein Hausdach, was ich da sehe, aber es scheint ursächlich die Straße zu sein. Überbau an alle. Zug intern, nachladen. Ich erwarte in Kürze feindliche Hauptkräfte. Soll ich dann einen Schuss nachladen? Ja, sicher. Mach voll. Okay. Kann es auch hier machen, hier ist ja kein Feind da. Okay. 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 Gut, nachgeladen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Kampfpanzer feststellen! Kampfpanzer feststellen! Kampfpanzer feststellen! Kampfpanzer feststellen! Regen lässt nach! Sichtweite wird größer auf 2.2 bis lang! Weitrichtung! Kampfpanzer feststellen! Verfahren alle! Südlich Delta! Feindliche Panzerkompanie! Delta steht im Feuerkampf! Ende! Weitrichtung! Kampfpanzer feststellen! Wiratrichtung! Wiretrichtung! Wiratrichtung! Wiratrichtung! Untertitelung des ZDF, 2020 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 feuer treffer blitz geladen, feuer getastet geladen, feuer getastet geladen, feuer getastet alpha 9501 auslösen geladen, feuer getastet geladen, feuer getastet geladen, feuer geladen, feuer geladen, feuer 2 umladen beendet geladen, feuer getastet alpha, nordrhein, pikesdorf pikesdorf, schützen für unser Zugstärke toll davon willigungsunfähig geschossen verbar feuer feuer abgesessen schützen schützenpanzer fein abgesessen schützen blüden FZ geladen, feuer getastet feuer Thenach Keil geladen, feuer getastet 3 umladen, feuer getastet feuer Feuer getastet. Feuer. Trefferblitz. Feuer getastet. Feuer getastet. Feuer getastet. Feuer getastet. Kannst du vielleicht irgendwie durch die Bäume was erkennen? Du bist noch näher ran. Verbanen alle Lage und Gierung. Vor Alpha und Bravo. BMP und Panzer in Kompaniestärke. Vor Delta ebenso und rechten Nachbarn BMP. Zwei BMP-Kompanien. Ende. Jawohl. Verstanden. Ende. Beinsichtung. Abgewissene Schützen. Resten. Beinsichtung. Beinsichtung. Siehst du nichts? Negativ. War besser durch die Senke durchsehen zu müssen. Müsste ich weiter nach Ost verlagern. Ja, dann mach ruhig. Okay. Okay. Tumlaut fertig. Beinsichtung. Abgewissene Schützen. Blüten. Abgewissene Schützen. Abgewissene Schüsse. Abgewissene Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, ich fasse den Weg. Ja, ich fasse den Weg. Ja, ich fasse den Weg. Eiu, ei, ei, ei. Beim Ausweichen habe ich recht und recht. Dabei, ich glaube, da kommt ein Kattus rein. Wen hat es? Da soll er in den Alpha-Züge gehen. Da gibt es den Alpha-1. Bis im Ostfront der Stellung 21, wir machen Richtung Süd. Bis da sind noch komplett voll. Alpha-1 zu starten. Alpha auslösen. 95.11 und 95.12 kommen. Ich muss weiter nach außen gehen. Ja. Ich glaube, die Einhügel ist bei Streifen an der 228. 4-2 ein, BMP bekämpft. Schützenpanzer, KE. Feuer. Die Idee ist dahinter eine Verlängerung. Alpha hier, Baba. Hast du die Besatzung von Bravo 2 aufgenommen? Ja. Gut. Wir waren alle. Feindruck zu stark. Wir mussten ausweichen auf Durchlauflinie 2. Benötigt irgendjemand Sand oder Berge kommen? Ja. Wir waren alle. Wir waren immer negativ. Ja, Alpha, ich sah eben um. Alpha nach eigenem Bedarf 95.21 freigegeben. Ende. Ich war hier einfach als Stellung erreicht. Zwei bis zum Munitionsbestand. Oh, noch sechs im Turm. 25 Lämmer. Alle. Okay. Stellung jetzt erreicht. Aber an alle. Benötigt irgendjemand Munition? Alpha negativ. Die Bravo möglicherweise in Kürze insgesamt 17 KE noch. Kommen. Wir haben aber verstanden. Ich hab nur 16. Ich mach auch kein Dramat. Fahr den Mun-Lkw. Circa 200 nördlich von euch hin. Ja, verstanden. So, umlauern abgeschlossen. 1, 2, wenn du um musst, dann mach jetzt. Jawohl, leider um. Ja. So geht es. Skate mit deinem Bereich immer einzukommen. So geht es. Sch retrieve noch ein und murder hier. Ja. 2, ein Unterschied. Schreib, du Until Sonntay. Alpha, hast du Ablaufpunkt, Auslöser, Backdurchlauflinie 2 ausgelöst? Jetzt. Okay. 2 um 9 beendet. Bravo, jetzt Ammoni LKW, Ende. Einblendung, setzen langsam zu Süden. Die Sägele, die Kultus, durch die eine kleine Kultusbäckung, die sich auslösst. Die Kultusbäckung, die Kultusbäckung, der sich auslösst, die Kultusbäckung an. Korban alle, Lageinfo, linker Nachbar meldet, auf uns zufahrend BTR, vermutlich zweite Staffel, Ende. Weinsichtung, Schritzansatz, Süden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bei beckeldorf an flug richtung nordwesten hier barbara verständung trennung an alle acht um hubschrauberwarnung feuer frei ende wieder die hubschrauber im süden flug richtung bravo negativ entfernung also noch über 4000 auf jeden fall alpha 1 sind fest verläuft die straße entlang die verschwindet mit einem hügel knapp links davon ist noch eine einzelne tanne ich weiß nicht ob das liest auf jeden fall in diese richtung wo jetzt verlängere und die hubschrauber fliegen da ab und zu meinem weg draufhören die hubschrauber sind jetzt bei 3 6 bestanden soweit blick richtung rauenberg keil geladen vorher getastet jetzt wo hubschrauber in sicht rüden schützenpanzer 1 16 schützenpanzer im btr südwest südwest auf dem hügel entzelt geladen vorher getastet entfernung 1900 die richtung wo ich eben sagte moment nicht feststellbar nur denn der teuer hatte jetzt gerade abstürzt hoch in sicht feuer feuer schützenpanzer im z geladen treffer blitz letztes im z geladen das selbe ist die sichtpanzer im z geladen feuer 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 also hier stehe im volk mit btrs grauenberg einzug bereits vernichtet zuvor verstanden ausweichen eigener zuständigkeit auf durchlauflinie 3 Ende Hi, in den Süden, da ist noch einer, der kommt gleich auch noch in deiner Richtung, weil er links von den anderen BTRs Na ja, ganz verstanden Ich komme gerade über den Übel rüber Du musst es vielleicht sehen, weil die Höhe stehen Apar an alle, ausweichen auf Durchlauflinie 3, Ende Also, ausweichen auf 31 Feuer einstellen Achtung, PAH Schnau bei Regens Geladen, Feuergetaste, Helmet Ziel Alpha, Auslöser drücken, Durchlauflinie 3 Hab ich Geladen, Feuer getastet Feuer Ja Ach, kann der 3000 weg, den er bezieht Nein, jetzt hieß den Hubschrauber Neu im Süd Liegt auf uns zu Jetzt weiß ich Ja, wenn ihr ihn seht, dann haut drauf Feinpflichtung, abgerissene Schützen, Rätsel Hilfe Hilfe Schützenpanzer Oh, Schützenpanzer Feuer Feuer einstellen Feinpflichtung, abgerissene Schützen, Süden Schützenpanzer Feinpflichtung, abgerissene Schützenpanzer Ich kenne meine Stellung, wo ich auch was sehe Ach, das ist nur Senke hier Ja, die im Schellenz hätten auch weiter durchgeschossen Alpha-Schellung 31 Ein PAH, westlich Hermannsburg vernichtet Und zusammen zwei Züge BTR, aber Schellung hält vernichtet Spanier Tore 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bravo, ebenfalls auf Rückenweg Alpha ausweichen, im Sommeraufliebefohlen. Ihr Bravo, verstanden, Trennung 1, hier Bravo, Auswahlliebefohlen, Ende. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020